Hallo! Hi! Also ein kleines Infovideo für euch von uns. Für HEP. Hilfe, ich bin mir lieb, falls es keiner kennt. Unsere Abkürzung. HEP BABY BREI! Auf jeden Fall ist jetzt die Webseite verändert worden. Wir haben uns geändert und geupdatet. Und apropos Update, es gibt ein monatliches Update. Erzähl du auch mal was? Ja, also dieses monatliche Update ist entstanden, weil ihr euch schon so beschwert habt, dass ich immer so selten update. Das ist ein Horror. Ich finde meine Motivation immer nicht. Die versteckt sich immer so vor mir. Und deswegen muss ich sie eben herauslocken mit einem kleinen Käse-Stückchen. Deswegen habe ich jetzt gesagt, ich werde monatlich ein Käse-Stückchen für die Motivation herlegen. Und dieses Käse-Stückchen wird uns dann helfen, ein monatliches Update herzubringen. Dieser monatliche Käse-Stückchen ist unser monatliches HEP-Tag, in dem wir beide uns zusammensetzen und etwas dafür tun. Das heißt, ein Mäheskript und alles drum und dran. wird weitergemacht. Ja, deutsch. Fail. Apropos weitergemacht. Jetzt noch Stimmenfail. Wegen den Sprechern. Ich weiß nicht, ob die, die wir jetzt schon eingeteilt haben, ob die überhaupt noch Lust haben mitzumachen oder überhaupt noch leben oder so. Leute, wer hat euch erschossen? Was? Das war nicht lustig. Ich bin so ein Trainer als mitzumachen. Ich habe es gerade akustisch nicht verstanden. Auf jeden Fall kommt dazu noch so ein kleines Sprecher-Video. Und apropos Sprecher-Suche für die ganzen Sprecher-Sachen und alles drum gibt es ein Forum und dazu wird euch jetzt die liebe Anja was erzählen, weil ich habe keine Ahnung, wie man mit einem Forum da umgeht. Also, ich habe für euch ein Forum eingerichtet, damit ihr euch über HIP austauschen könnt, über HIP Kritik ausüben könnt, Anregungen, Ideen, whatever you want, was immer ihr wollt, was euch einfällt. Ich habe dort ein Pferd für die Besucher gemacht, dass ihr dort schreiben könnt, was ihr wollt, Anregungen, Kritik. Ich habe auch eine Laberecke eingerichtet für die, die einfach nur darüber reden wollen, sich darüber lustig machen wollen, was wir so für Schrott schreiben. Zum Beispiel mit dem Beispiel mit der Kartoffel, die so viele nicht verstanden haben. Ich find's gut! Das ist so random. Ja, genau, so random. Und, ähm, genau, das heißt, ihr könnt euch diskutieren, wir werden auch mit euch schreiben, wenn ihr Lust habt. Genau, wenn ihr Lust habt, ja, wenn wir Lust haben. Ähm, also, ihr könnt mit uns schreiben, uns Tipps geben, whatever. Und, ähm, und natürlich auch für die Sprecher, für die Stimmen und alles drum und dran. Da werden auch die Sprecher hingeschrieben, wer das alles sind. Und auch, ähm, den Skript kann man da, ähm, werden wir da abrufen, was weiß ich. Und ihr könnt dann auch eure Takes da abgeben. Und so, ja. War's das mit dem Forum? Äh, ja, ziemlich. Gut, so, während du geredet hast, hab ich meine Nachbarkatze beim Waschenzug gesehen. Ist voll süß! Also, das nächste auf unserer, äh, Checkliste Folge 1 in Bearbeitung. Ja, es wird immer halt nochmal. Also, die Folge sind wir in Bearbeitung. Klar, ähm, es gibt ein neues Opening. Das alte werde ich jetzt ganz zum Schluss an diesem Video anhängen. Und das neue werdet ihr nicht sehen, weil das ist so awesome. Das wird euch aus den Socken hauen. Aus den Socken? Aus den Socken wird es euch hauen. Ja. Wieso? Kennt solche Sprüche bei mich? Das heißt, dass es haut mich aus den Socken. Also, ich kenn das so. Es haut mich von den Füßen, es haut mich von den Schuhen, es haut mich von den Socken. Ja, keine Ahnung. Aus den Socken? Ich glaub, es hieß jetzt, es haut mich von den Socken. Ach, scheiß drauf. Ihr könnt ja im Kommentar eure Verbesserungsmöglichkeiten entschreiben. Naja, auf jeden Fall, das war's mit unseren Infos. Es ist wieder, äh, aus dem Reich der Toten, äh, herausgekommen. Hip, wieder aus dem Reich der Toten. Wir wurden wiederbelebt. Wer hat uns den Wiederbelebungstrang verwehrt? Wer? Motivation. Hm. Hm. Hast du grad'n Stück Käse? Äh, ne. Ich hab' alles gegessen. Grad alles verfündet an die Nachbarskatze, oder? Ja. Und Zoom. Ja, das war's dann. Genau. Deshalb, bewerbt euch als Sprecher, sobald das Video draußen ist. Wir brauchen euch. Wir freuen uns auf euch. Und wir hoffen, ihr macht mit, weil... Dann seid ihr auch ein Teil unserer Community. Ihr helft uns. Ihr könnt uns... Teil unserer Community! Ich kam mir so vor wie diese großen YouTuber! Nee, wir sind... Nein, sind wir nicht. Wir sind YouTube, ne? Genau! Und, ähm... Ja. Das war's. Ich würde sagen. Genau! Du nimmst mir meine Wort aus dem Mund. Jetzt kommt das alte Intro. Also... Adios! Just for you! See you later, alligator! Keine Ahnung, das müsste jetzt sein. Bye bye! Tschüss! Kötterli Stuck me deep, couldn't see interaction. The pleasure of betrayal, one effect, are moving heavily. Not enough, I'll give up, no reaction. Whatever... I'm armed and ready. Whoa! When the earth begin to merge within the atmosphere, All that remains of my identity just disappears. I try to escape from this illusion, Before you jump to your conclusions I travel all alone, on this one road Nothing but my sorrow, guiding tomorrow No use in standing round, all I know Change, whatever fear lies within the darkness On my head and emotions won't force me to become more you I won't follow, or go where anybody else desires me to Change, as I reveal my heart and inner strength Inside the center of danger, I run with a broken shield Keep holding on my sorrow as I move and never look behind me Keep holding till tomorrow cause I want to change